In diesem Sinne, machen wir mal weiter. Das war wahrscheinlich hier das, was sie da vorhin gespritzt haben. Oder wo er gemeint hat, im Gefängnis er braucht seinen Schuss. Schon wieder dieses Buch. Dass dieses Feed auch in der Wohnung von seinem Sohn war, wo der Kopf abgetrennt war, hat er ja gemeint, na, dafür wäre der Sohn sicher anscheinend zu fein. Tja. Falsch gedacht. Wahrscheinlich. Bist du müde oder was? Bist du müde oder was? Warning. Desynchronization imminent. Administer medication. Lousy ink. Probably got him in prison. Syncrazine refilled. 1 12 209 und vermutlich wieder die Zimmer. Was sagt mein Interface-Gedönse hier? Alter, dieses Geschwiesel hier. Hör auf! Option. Ah, Option. Alle Sachen gibt's auch hier. Ist ja witzig. Ah, genau. Das ist der Mann und seine Frau. Ja, genau, 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 genau. Das war hier das Tattoo-Studio, was man ruf. Ja, oh mein Gott, das muss ja auch alles nicht gleich sofort kommen. Immer easy. Das, äh, verlangt auch niemand. Soll ich jetzt erst nach der Wohnung suchen? Oder soll ich... Ich glaube, ich gehe jetzt erst mal in den Hof. Das war doch hier, glaube ich. Ah, dieses Gegriesel, hey. Das macht mich fertig. Hey. Oder habe ich hier in der Wohnung noch irgendwas verpasst? Oh, was ist das? Warning. Desynchronization imminent. Administer medication. Ja, ich weiß nicht, inwiefern ich da, äh, Freiheiten in dem Spiel habe, aber, äh, bislang muss ich doch sagen, dass ich da, ja, ich find's cool. Es ist auf jeden Fall ein Let's Play, äh, würdiges Spiel. Ja. Äh. 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 Das ist okay. Äh. Äh. Ja. Oh, ich glaube, ich habe noch nicht alles mit dem Guder durchgeschreit. Was? Mit Feuer und Schmerz. Okay. Ja? Ja, ne, ich würde hier haben 2. Kaution! Low Synchronisation! Administer Synchronisation! Hahaha, wissig! Ja, 2 auf 1 Streich! Ah, nur 2 Level! Das ist bestimmt eine Demo, oder so eine Freeway von Bounds. Dann machen wir hier mal aus. Ey, dieses Gekriesel! Kann ich mir hier nicht irgendwie was verabreiten, was wir da... Ah, doch! Tatsächlich! Na also, das mag ich zum Beispiel gar nicht, dieses... Welchen Spielspiel und dieses rumgekrieselt hat's zum Beispiel damals, ähm... Ich glaub Far Cry 2 war's, wo man ab und an mal... Ähh... Malaria, glaub ich, bekommen hat. Dann hat es da auch immer wieder angefangen, mit diesem... Gewusseln und mit diesem Gekriesel, und hat irgendein Naturheilkunde-Typ da... ...suchen müssen, das war furchtbar als teilweise bei dem Spiel. Well, well... Ja. Es ist wahrscheinlich ein Malfunction. Ich bin noch ein Fünster. Du bist nicht in die richtige Beine. Denn ich weiß nichts. Ich habe nichts verstanden, oder unbeziehungsweise? Außer der Lockdown, ich meine. Na, ein paar von 104 haben wir ein sehr vieles Geräusch vor. Mehr als üblich, ich meine. Die Frau rief, und es wurde kalt. Das ist die schrecklich abkommt. Was für die Frau? Oh, sie ist ein Trooper. Sie arbeitet in Chiron, um den Ex-Khan zu unterstützen. Any idea of what you might be doing for them? Can't be too important, or she wouldn't be living in this shithole. Explains the look on her face, though. What do you mean by that? Worn out, fidgety, jumping in shadows. Working for the corporation has that effect, I guess. Does this kind of stuff happen often? You ever see a husband get violent? Nah, nah, he ain't a wife, Peter, or anything like that. He's just messed up. Then again, ain't we all. What can you tell me about the guy? Amir? I think he's called. He looks tough, but he's got the yellow eye, you know? Twitches like a junkie. Probably sells the shit, too. Amir? What the deal? I see him sneak around during the night, carrying packages and stuff. I dealt he's the goddamn postman. Anything else out of the ordinary? Anything at all? Well, other than some asshole bringing animals into the building? I'd say that's pretty much it. What? I can't... I can swear. I heard something growling in the hallway earlier. I didn't form the janitor, but... he'd lose the plot midway through the dark anyway. Thanks. You've been very helpful. That's new. All right, we have everything we need. Let's go to the house. You! I can hear you out there! Help me, please! No. No. Fuck you. Hmmmm. We came to the house. Yeah, yeah. Genau. We have to come to the house. We have to know... We are going to be somewhere... ...and... 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 Ah! Ah! Alles klar. Dau! Sehr viele, bei dem Wetter. Ich bin der Wetter. Boah, geil! Ein bisschen was vom... vom HRG, genau, oder? Oh, schön. So. 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 Ah, das ist doch von unserem Kerl hier, der in der Wohnung, wo den Fleischwolf gezogen worden ist. Das haben wir aber vorhin auch gesehen, das der Tür. Man muss dezentes Lachen. Yes, Level 3! Ratsi! 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 Okay, so we'll just stop the killings. Ja. Ja. Das war... Das ist auch nicht gewartet. Okay. Das ist auch nicht gewartet, okay. Ja, aber der kommt jetzt nie mit. Okay, nix. Ah ja, okay, okay, okay. Come at me! Okay, genug von dem hier. So, weiter geht's, wir müssen wieder ernst werden. Oh, das ist schon die Frage, okay. Oh, Leute, ich glaube, wir machen zusammen rein, geht's wieder richtig ab. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Okay. The victim's blood is mixed with ink. Elevated hormone levels. Oh, fuck. Don't tell me. Ja, was ist das? Wer ist der Hormon? Lavec ist eine Helena Novak, Wife der vorherigen Vigte, Amir Novak. Spitz ist Homo Sapiens, okay? Ist auch noch andere Spitz... ...Fin-Fin-Sis ist hier in dem Spiel. Ist doch auch wieder so ein Stichlöcher. Multiple puncture wounds, a few inches deep. ... 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 Los geht's. Warning. Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Emergency override. Open maintenance panel. Nein, ich will in ihr eindringen. Jetzt! Test. 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 Warning. Bring with activity sensor offline. Emergency extraction procedure offline. This better be worth it. Hold on, you forgot to fressen. Stop. What are you doing? Und der Horror geht wieder von vorne los. Also die Szene machen wir noch zusammen. Und dann ist gut für heute. Hm? Willkommen, Frau No-Wag. Ja, das sagen wir so. Ob es meinem Heimatland gut geht. Wo spielt das überhaupt? D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Okay, wenn ich andere Buchstaben drücke, passiert nichts. Ich höre etwas hinter mir, nimmst du einen Unfall in Kauf für das Gemeinwohl zwischen Städtchen. Das ist Hanotobax, wir werden sie geholfen. Nein! Das muss das doch kapiert haben, ey. Ich habe sehr oft Nein gedrückt. Das muss... Ich bin drin. Bin ich denn schon drin, oder was? Jetzt fängt dieses Krisel schon wieder an. Die Stühle! Schon wieder ein Stuhl. Sag's euch, diese Stühle, die sind an allem schuld. Das Stuhlspiel, genau. Ja, da es jetzt tatsächlich ein bisschen mehr geworden sind an den Viewers, falls es jemand interessiert, dieses Video wird in zwei Teile aufgesplittet. Part 1, Part 2. Wir werden es auch definitiv durchspielen im Stream und wird unter FUBTV veröffentlicht. nell ... ... ... Oh ja, das war's. Oh ja, das war's. Oh ja, das sind überall Überwachungskameras. Äh, es spielt ja mit irgendeiner, äh, äh, Message hier, wegen Überwachungstart, totalitären Start oder irgendwas, ja. Ich glaube, das Spiel, falls es jemand kennt, mit diesem Buch 1984, das scheint da ganz schön angenehm zu sein. Oh nein, 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 oh Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hm. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ne bitte. Es ist wieder genau das gleiche Grunzen wie vorhin. Da ist er wieder, der Bärenjude. Ich sag's euch, den geht's hier. 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 Amir, ist das du? Ich sag's euch, den geht's hier. Ich sag's euch, den geht's hier. Amir, ist das du? Ich sag's euch, den geht's hier. 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 Ah, ja natürlich. Ja, bestimmt Kassenpatienter. Oh, das mag ich gar nicht, ey. Es gibt so eine kleine Anekdote, warum, dass ich sowas nicht mag, und zwar jeder der 4 gespielt hat 4-1, weiß wovon das ich rede, aber ich hab damals einen Laptop gehabt, war tatsächlich im Bett abends gelegen mit diesem Laptop und wollte 4 spielen, in meinem jugendlichen leichtsten, ich weiß ja gar nicht, wie lange das spielt schon draußen, das ist jetzt 10 Jahre, circa, 10, 11, 12 Jahre, seit dem herrschen 4, ist tatsächlich so, dass mich, ich glaube, die erste und zweite Jumpscare-Szene mit dem, mit der Emma, glaube ich, ich hab da wirklich mein Laptop auf meinem Schoß und Bett komplett gegen die Wand gefeuert, komplett, weil ich da so dreckig erschrocken bin, und seit, ich glaube, seitdem hab ich ja auch kein Horror-Spiel mehr, aber das ist so ein bisschen los angelangt, aber jetzt fängt die Scheiße wieder von vorne an, also jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt, ja, bloß mit einem Jungen. Soll ich mich mit ihrem ungeborenen Sohn oder irgendwas, ey, mit ihrem ungeborenen Sohn oder irgendwas, ey. Das erleb ich bestimmt die Gefühle nach, oder sonst irgendwas. Das ist deine Chance. Das ist eine Chance. Das ist die Chance. Ist es... ist es fertig? Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt stolzer der CT-72-Internal-Data-Storage. Ich habe dir einen Accelerant gemacht, um die Tissue schneller zu machen, und einfach das Dressen auf für die nächsten paar Tage. Du, uh... Du bist sicher, dass sie ihn nicht finden? Es hat einen Schraubler in einem Schilden-Frame. Kein Anzeichen der Anzeichen kann es penetreieren. Es ist Ghostware. Undetectable. Unless you know exactly where to look. What is this? The hell did you do to yourself? Don't even start. I did what I had to. It's about time someone around here showed some initiative. What's that supposed to mean? You don't know. Oh my god. Das ist die ganze Zeit! I will die, die Junkie! Alles gut, alles gut, alles gut! Please... Sleep the fuck alone! Please... This is insane! Hehehehe. Okay, those kids. No, please. Tell me, tell me again how useless I am! How I can't keep a job because no one will hire a fucking Junkie Ex-Con! Amir. Do you even know what you're getting into? It's not like I have a choice. We need the money, Amir. Whatever it takes, huh? Whatever it takes. What's wrong? Mark my words. That shit is gonna be the death of us. Okay, I have to admit that I thought it was a bit messed up. Yeah. 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 Ja. Ja, mein Freund. Ich bin das Büro. sowas sehr schlecht gehabt, hab ich das schon mal erwähnt. Ich weiß auch gar nicht, wo ich... das muss ich da sein. Ich weiß nicht, ob ich da leiden dabei, oder? Oder was eh? Nö, nö, tue ich mir nix. Alles okay? Nein! Ah! Nein! Ich weiß nicht nicht. Hm. Wie gesagt, ich bin zu einem schlechten Funkenspiel. Ja. Als dickes Kind... ...schon immer dick gewesen, war ich natürlich aber derjenige, wo immer gefangen wurde. Ich musste dann die anderen jagen. Ich stelle euch das mal vor. Sehr schwer als dickes Kind. Okay. Jetzt machen wir das hier. Meine Gierstyle. Ja, ja, die Lüftung hab ich gesehen. Ja, ja, die Lüftung hab ich gesehen. Wo ist der Arne Bumble? Ja, ich renne jetzt einfach. Hey, hey, hey. So. Hey, hey, hey. So. Hm. 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 Ganz schön Detail verspielt. Alles hier. Ja. Hm. Okay. Da blinken solche Dinge. Wo bin ich zu denen hin? Ah, ah. Dusche wieder. Boah, nö. Alter, muss ich das jetzt echt mal machen? Oder was? Ich hab ja schon mal erwähnt, dass ich sowas hasse. Ich hasse sowas. Ehrlich. Das ist für mich... Wir sind schon da. Ohu! Okay. Ohu! Okay. So, was ist nichts? Steh auf. Ist da noch mehr? Und das hab ich, das hab ich. Und zwei Stück, okay. Da hinten ist noch alles klar. Na, Kollege, werdet ihr heute Morgen in den Kaffee geschissen? Okay. 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 Da hinten war doch noch eins, oder? Nein, doch nicht. Okay. 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 Alright. Okay. Malta. Scheiße. Juhu. Das kann ich hier noch nicht mal raus. Halt halt mal auf jetzt. Was muss ich hier machen? Ah, die Tür ist verriegelt. Hört sich ja schon gut an. Hört sich ja schon gut an. Patsch. Komm her. Patsch. Und wieder. Ah. Oh. Oh. Patsch. 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 Hörze, komm mit mir. Hey! 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 Oh, hab ich jetzt von Kacken gebaut? Oh, scheiße. Oh, nee. Okay. Oh, nee. 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 Ah, nee. ARD Text im Auftrag von Funk Sprecher 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 von Funk